So, hallo und herzlich willkommen zu The Walking Dead und zwar nicht irgendein The Walking Dead, wir spielen, es ist ganz frisch raus, die neuen Episoden, hier wir waren Episode 5, wir haben das ganz normale Let's Play durchgespielt in 58 Parts, wer es nicht gesehen hat, dann kann das gerne angucken und wir spielen jetzt erstmal weiter mit Special Episode 400 Days und los geht's, hätte ich gesagt, starten wir mal direkt rein, ich spiele Boxershow, das ist extrem heiß draußen, ich habe wenig geschlafen, aber ich muss das Game spielen, das relativ, also wann ist das rausgekommen, vor zwei Tagen oder so, ist es rausgekommen, direkt gekauft, den Episoden als Play, damit wir hier zusammen das spielen können, ich hoffe es seid mit mir und ich hoffe es lädt nicht allzu lang, als dass wir anfangen können, das Spiel hier zu spielen, ich bin mal gespannt, geht's schon mal gut los, also es sind komplett neue Charaktere, habe ich gesehen, weil Lee ist ja, ist ja ein bisschen weiß, um die Ecke, der hat sich das anders überlegt, der dachte, er wird mal, oh, es ist ja noch alles normal, geil, keine Zombies, Okay, dann halt doch nicht alles normal, oh, es ist schon ein bisschen arg, oh, 400 Tage, oh ne, ich dachte schon, das ist alles geil, natürlich muss die Ami-Flagge im Spiel drin sein, 1,98, ist relativ billig, ist doller, ist relativ billig eigentlich, ich glaube, ich fahre da mal hin, 400 Jahre, 400 Tage später, in Zorbi-Apokalypse und und tankt da mal, aber da werden ein paar Leute vermisst, das ist dann schon schade, ein bisschen, ja, das ist, ich glaube, ich kann jetzt entscheiden, wie ich spiele, kann das sein, Bin ich irgendwo schon? Oh, Tatsache, da bin ich, Vince, Wyatt, ich kann, ich kann gucken, wie ich spiele, Russell, Bonnie, 5 Leute, Okay, ähm, ich schau mal, ganz, ganz kurz noch, das ist ein bisschen laut, hat sie das irgendwie, ne, passt, ähm, ja, egal, dann ist es ein bisschen laut, wir spielen mit zuerst, lass mal überlegen, wir könnten den Chinesen spielen, aber das wäre rassistisch, wir könnten, pff, die Torte im Gesicht spielen, wir könnten die Frau spielen, das wäre rassistisch, wir könnten den Schwarzen spielen, das wäre rassistisch, der hat einen Bart, das wäre auch rassistisch, kacke, ich kann niemanden, niemanden wählen, der nicht, wenn es nicht, dass es nicht rassistisch ist, oh, wieso hast du den Schwarzen gewählt, äh, der ist ja, schwarz, wieso hast du nicht die Frau gewählt, die ist eine Frau, wieso hast du nicht, ich wähl, boah, den, Vince, erstens hat er einen Bart, zweitens ist es Chinese, äh, Asiate, beides ist schon mal sehr nice, und, ähm, dann spielen wir den Vince jetzt mal, bin mal gespannt, was hast du mir so zu erzählen, Vince, oh shit, es ist ein, ziemlich heftiger, dude, man, geht schon mal gut los, es ist natürlich wieder in Englisch, äh, ihr müsst da mit mir sein, habt ihr in Walking Dead Let's Play auch überragend bewiesen, dass ihr Englisch könnt, oder Englisch lernen wollt, mit mir hier, Englisch lernen mit Netflix's Play, es ist ja noch normal, es ist ja gar keine Zombies da, äh, mitnehmen, hide the gun, fuck, you held on the evidence, ich bin ja noch, ich hab einen Typ umgebracht, und das ist noch nicht mal Zombie, zwei Tage in, ach so, oh, so schnell kann es gehen, irgendwie kommt mir das so bekannt vor, ja, der Gefangene, der, der durch die Tom-Bolf-Pokalypse frei wird, und das ist noch eine Stunde, ich werde mir nichts ausgetauscht werden, was ist dein Problem, Mann, es ist nicht dein Fault, ey, chill, 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 hey, die kennen sich ja schon, es ist zu hot, das shit, Vince, ich mache ihn hot now, ja, Danny, du mache mich hot, und das ist nicht so, dass ihr euch noch nicht verletzt habt, wie sonst werden wir die Zeit verletzt haben, ey, wie geht es dir, öffnet eine schmerzende Schmerz, das ist eine schmerzende Schmerz, Justin, du hast den Mann in der Schmerz, ich glaube, er wohnt in der Schmerz, in der Schmerz, du hast seine ganze Haus, Lebensverschmerzende Schmerz, Schmerz, ich glaube, du hast ihn verletzt, du hast ihn verletzt, du hast ihn verletzt, Mann? Ich habe nicht verletzt, von Leuten wie das, Anyway, Better than stealing his virginity, hey, how many times I gotta tell you, here we go, seriously, I was falsely accused, how old was she, 15, damn it, it ain't like that, you telling me there wasn't a star witness, waiting around in your white van, I'm shocked, tell you what guys, I ain't afraid to say it, I'm really missing my girlfriend right now, I'm guessing she's pretty pissed at you, it's worse than that man, she won't talk to me, I haven't heard her voice in months, really messing with me, like for real, just let it go, man, I want to, but you know, I love her man, Danny, I know you don't realize this, because you're you, but you probably ruined that poor girl's life, you piece of shit, big talk from white collar back there, how many lives you wrecked kid, who cares, hotter than hell up in here, I'm getting dehydrated, hey, how about some water back here, the wind has a nice voice, he talks with me, I thought you took the stand, and cried your eyes out, didn't you lose your shit, and tell them you didn't know what you were doing, I lied, turns out I'm good at that, you lied on the stand, huh, see that's the kind of shit I could never do, religious, no man, watch a lot of cop shows, nope, what then, it just ain't right, oh give me a break, I gotta admit, I'd say anything to get out of doing more time, you guys are messed up, says the criminal, you wanna know the funny thing, I don't regret any of it, I carried my victims for years, they knew what they were getting into, and now here I am, and there they are, and Wall Street assholes pulling the same scores, are smiling on TV, fuck that, how did it all work anyway? it was like, a pyramid scheme, I don't know what you say man, I don't give a, I don't give a, they're not, I don't give a, it was a really good pyramid scheme, the shit is still shit, this was some pretty elegant, shit, shit, yeah, well I wouldn't enjoy your elegant sale, you know, how much did you have to make off with anyway? enough, so like, a couple hundred K? A little over a hundred, a million. Gott, verdammt, Junge! Wenn wir hier rauskommen, du, ich und Vince, müssen wir in der Arbeit gehen. Ich weiß nicht, ich weiß eigentlich nichts über dich, Vince. Vielleicht ist er ein Priester. Ja, Vater Vincent. Ich bete er ein Kind. zwei Kindes? Du hast ein paar Kindes, Vince? Ich habe ein paar Arschlösen. Boah, verdammt. Er ist nicht leid. Er ist ein schwerer Typ. Ja, ich bin ehrlich. Ich habe keine Ahnung, was ich sage. Ich sage nichts. Oh, das ist ein ganz schön... Ja, ich schau ihn! Lass ihn gehen, Mann! Verdammt, Crabtree! Lass mich zurück! Er wird ihn töten, Vince! Lass den Regie abhalten, Leute! Verdammt das! Wir müssen da rein! Du willst doch nicht in der Mitte des Scheines, Danny. Vince, du bist der schwerer Typ hier. Wir müssen da rein, richtig? Du hast nicht mehr Zeit, um einen stetschen. Wo ist deine Empathie, Mann? Das war nicht klug. Was ist so gut gewesen? Die werden so tommen wie sie oder kann das sein? Das ist was passiert, wenn du Schäden zu Schäden bekommst. Das ist ein... Du musst jemanden kenne. Was? Was? Ich kenne das in. Nicht kenne das in. Warte, okay? Gib mir einen Moment. Komm her. Du hast diesen Mann geklärt. Du musst ihn verraten. Ich brauche einen Moment. Ich brauche einen Moment, um zu denken. Du hast einen Moment. Schau dich, hörst du mich? Schau dich! Schau dich! Schau dich, okay? Es geht schon mal geil los! Die hauen sich alle Köpfe ein. Gute Frage. Ja, Mann. Chill mal. Was? Was? Hast du das gesehen? Ich habe ihn gesehen. Ja. Hey, du musst uns rauskriegen. Wir gehen nicht an die ganze Zeit. Wir gehen nicht an die ganze Zeit. Wir gehen nicht an die ganze Zeit. Die Japaner Comics sind auch alle Zombies. Ich habe gesagt, wir bleiben hier. Wir sind sicher in der Bus. Wir gehen nicht an die ganze Zeit. Oh, Jesus. Oh, mein Gott. Hey. Hey. Du musst jemanden fragen. Du hörst mich? Wir brauchen den... Hat er einfach uns verraten? Oh, Jesus. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Was denkst du, Vince? Komm schon. Wir müssen etwas tun. Ich versuche, zu denken. Find eine Waffe. Ja, Mann. Ja. Wo ist das Auto? Ja. Ja. Aber nicht, sondern nimm sie. Ich glaube, er fällt auf. Es ist hinter dir. Oh, Mann. Oh, Mann. Nein, Mann. Wir haben eine Waffe. Tommy hat gelös. Wir sind gerade erst in den Gefängnis rausgekommen. Wir haben... Oh, Mann. Wir haben übelst coole Leute dabei. Ich kann nicht believe in diesen Sch******. Kannst du die Sch***, Mann? 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 Sonn? Mann? Holy Mann! Was machst du? Wir können nichts tun, bis wir aus diesen verdammten Chains kommen. Vielleicht hat er die Schlüsse an ihm. Well, Scheiße, wenn die Schlüsse nicht auf ihm sind, dann woher sind sie? Er muss sie auf der Front verlassen. Vielleicht haben wir endlich einen Freizeit. Hey, Freunde! Was für die Scheiße? Verdammt, Danny! Du hast immer deine Scheiße auf dich, Mann! Wir müssen raus, bevor noch mehr von ihnen aufstehen. Das wird nicht halten. Vince, schau dir die Scheiße! Ich glaube, du hast sie einfach aufgelöst. Wir könnten das abschießen hier. Ja, machen wir das, machen wir das. Okay, das wird nicht funktionieren. Okay, das wird nicht funktionieren. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Wir können... Wir können... Wie in der Hölle werden wir hier raus? Es muss sein Weg! Können wir nicht einfach... ... die Chains? Kein Weg! Wir können nicht durchführen. Was über die Kugel? Wenn wir eine von diesen ausführen... ... die Chains wird sofort raus! Bist du verrückt? Was denkst du, was passiert, wenn du eine Schotgun... ... die nahe zu jemandem ist? Na, was denkst du, was passiert, wenn wir nicht hier rauskommen? Vince, gib mir die Kugel! Das ist das! Was passiert jetzt? Was ist los? Was soll ich machen? Was? Was? Rechts oder links? Achso, auf die Füße schießen. Ja, du auch. Ich schieße auf deine Füße. Scheiße, Mann! Do it again! Fuckin' tipps! Come on, let's go! Ahhhh, halte! Ich hab mich für den falschen Genie dachte, ich rette den dann! You kept the prison bus with... Oh shit! Wieso hab ich Justin genommen? Wieso hab ich Justin genommen? Der andere war viel cool! Ich wollte eigentlich... Bin ich dumm, oder was? Ich dachte, ich rette den dadurch und der andere... Ich... Was hab ich mir dabei gedacht? Hey, was? Wir sind wieder hier! Was, Vince, vorbei? Watte! Ich hab den falschen genommen! Ich hab den falschen genommen! Oh no! Ich nehm noch einen mit Bart, weil Bart, ich mag Bart! Schhhh! Nee, der andere... Wie hieß der? Jost... Der andere war voll cool, Mann! Der hatte den liebsten Bart! Der hatte nen Bart! Und der war auch an sich eigentlich cooler! Ich hab den... Wer... Das war der, der bissl, der bissl balls hatte! Nee, das ist die falsche Entscheidung gewesen! Sie sahen Napkins Let's Play! Sehen Sie nun... Ein heißer Stuhl! Ah! Ah!